so was fein oh Wastewater-Treatment-Ruels. Abwasser. Genau, wir können die Maschinen benutzen, um die Verschmutzung zu reinigen. Gut. Gut. Ah, das sieht doch gut aus. Ja. Ach, so eine Art Puzzle, das kriegen wir hin. Das ist nicht so schwer. So eine Art Puzzle hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. So eine Art Puzzle hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ab geht's. Gut, let's go. Den Fehler meinen ich nochmal. Sir, how did it go? Einmal frei. Gerne doch. Sand Rocks Ultimate Team. Vielleicht etwas mehr einfaches. Ah, ja. Uh, gut. Well, was du denkst? Sand and Rock Squad. Oh. Sand and Rock? Uh, warum hast du nicht auf Sand Rock geschlossen? Komm schon, Sheriff. Wer interessiert den Namen? Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Komm schon. Sand Rock Super Squad. Roll out. Wie geht es um die Sand Rock Sheriff? Das wäre falsch, Sir. Du bist der einzige Sheriff. Warum kommst du nicht mit dem Namen Logan? Ja, ein paar Monster sind anscheinend immer noch. Oh, Spinel, die brauche ich noch. Ah, die sind nur Pilzer. Die sind wirklich keine Monster mehr. Die sind wirklich keine Monster mehr. Das war das. Hier ist auch der Dent, ne? Ja. Na dann, raus hier. Oder auch nicht. Moment. Das muss noch mit. Das muss noch mit. Ah. Also. Wo ist denn der Ausweg? Oh, hier waren wir auch noch nicht, ne? Hier ist aber bestimmt auch gleich Schluss. Ja. Schade, hat noch so viel Potenzial, ne? Aber gut, vielleicht kommt auch noch was Update-technisch, dass man da dann nochmal weiter kann. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Content noch im Spiel ist. Ich bin davon ausgegangen, dass das Spiel jetzt aktuell schon durch ist, wenn ich ehrlich bin. Aber das sieht nicht danach aus. Was jetzt nicht schlecht ist, im Gegenteil. Hoppala. Aber Katori-World, ich hatte jetzt schon gedacht, dass das mit den Bäumen eher so Endgame ist, aber irgendwie, ne? Ne. Hier oben auch alle weg? Ne, hier sind noch welche. Das sind nur die Jelen. Also keine von den Zombies mehr, also von den Zangenviechern. Zangenviechern. Hm. 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 Das war's. Naja, ich gebe mal Pen. Hey, ich habe von Mayor Trudy gehört, dass Sie und der Korps haben die Mutanten-Monsters aus dem Valle der Whisperer geschafft. Ihr seid die Beste. Ja, haben wir gut hingekriegt. Ich habe ein paar gute Nachrichten von meiner eigenen. Erstens, ich habe einen Lohn von der Freie-Cities-Bank gekriegt, der die ersten paar Räden und ein Jahr der Operation kann. Zweitens, nach meinem Geschäftsplan zu hören, hat der Mayor Trudy die Lande des Valle der Whisperer zu Katori-Welt für die nächsten 20 Jahre für 10% der Ereignisse entschieden. Und drittens, ich habe ein paar Markt-Research mit Andy und Jasmine gemacht. Klingt cool. Ja, Haru ist gerade nicht greifbar. Stimmt, Spaß haben ist immer gut. Wenn die Leute kommen in den Park, Sandrock wird ein heißer, heißer Ort. Insofern, ich muss deine Hilfe wiederholen. Ich werde dir diese Zeit bezahlen, natürlich. Unless du willst die Ereignisse? Mian und Kommissioner Wei haben bereits für die Werte. Was denkst du? Du hast es. Ich werde dir auch 10% in Chairs geben. Das gleiche wie in der Stadt Hall. Denn du bist eine große Hilfe während meiner Zeit hier. Ich glaube nicht, dass ich dort bin, wenn ich nicht für dich bin. Ich werde dir mehr Details erzählen in einer Art. Ja, dann bis später. Okay. Schön, dass das fertig ist. Jetzt dann. Seitdem wir die meisten zusammengearbeitet haben, möchte ich wirklich, dass du auf die wichtigsten Aspekte arbeiten. Und... Es gibt viele Parten. Was weiß ich nicht? Es ist so, dass die Vergnügungsparks schwer zu bauen sind. Ach wirklich? Vergnügungspark ist schwer zu bauen. Also du sagst ja Sachen. Für die Werte. Heidi hat mir bereits die Werte und die Werte zu ermöglichen. Hier sind die Diagramme für diese. Mian und der Kommissioner werden auch mit ihnen helfen. Und die Staging-Area. Ich lasse die Werte für die Werte. Ich denke, wir brauchen Direktor Chi's Hilfe. Jetzt für die Werte. Mian und der Kommissioner werden den Werte bauen. Ich brauche dich für mich ein bisschen Sandbuggies. Und für diese, ich denke, du brauchst auch für Direktor Chi's Hilfe. Und für die Werte. Mian und die Kommissioner werden mir helfen, zu holen Blöcke und Figuren aus Logan's alten Hideouten. Ich brauche dich für diese Bumpers. Fun kleine Sachen, die dich in den Skyen kannst. Andy hat mir bereits die Arbeitstabe für das. Hier bist du. Ich weiß, das ist wahrscheinlich viel zu tun. Also habe ich eine Kopie von meinen Plans für dich. Mal schauen, wenn du auf die Richtung verstanden bist. Wenn du sie fertig bist, bitte installe sie in der Valley of Whispers in den Designated Locations. Katoriworld wird nicht öffnen, bis alle sie in den Platz sind. Beyond das, ich werde auch ein paar Kommissionen geben für Dinge wie die Gaten, die Signen, die Lichter, die Feuerwerke, und die Food. So, grab diese, wenn du es bereit hast. Na, das kann ja was werden. Na, ihr zwei. Kalkstein, da-da-da-da-da-da-da, Kalksteinsiegel. Und viel Kalkstein? Hm. 4, 2, 4, 4, okay. Können wir das alles bauen, oder fehlen uns Parts? Nein, Rosie, geh doch mal weg, Mensch. Ach so. Verbundfaserstäbe. Alter, schon wieder, ne? Äh, diese Verbundfaserstäbe sind immer echt eine Qual. So. Was brauchen wir denn noch? Was kommt da alles noch? Was kommt da alles noch? Dafür haben wir alles... Da? Ne, Magneten fehlt uns. Hm. Oh. Ach, das ist noch in Arbeit. Deswegen... Ich dachte, das ist Hütter und Kalkstein. Was ist denn da los? Ähm. Okay. Das haben wir. Ach so. Wieviel brauchten wir? Wir brauchten... Moment, Moment. Ähm. 8 Bounce Pads. Äh. Und mit dem Doc. Ähm. Ähm. Komisch. Ich dachte, wir sollen... Ich dachte, wir sollen... Bumper bauen. Die sind hier gar nicht aufgelistet. Hm. Doch mit dem Professor reden. Oh, boh. Nee. Ja. Also. Ähm. Das war's. Was ist das? Das war's für ein Amusementspark. Oh, du hast meine Begründung. In Wahrheit, ich bin interessiert in eine Rollercoaster Das ist doch einfach. Datendisks haben wir wirklich mehr als genug mittlerweile. Wir haben da eigentlich irgendwie ein Zeitlimiter. Na dann. Lass die Maschine mal arbeiten für uns. Beziehung zu Ryan hoch. Oh Gott. Taschen voll. Echt jetzt? Funchi. Na dann. Repariere dir das erste alte Haus. Okay. Achterbahnstrecke. Ja. 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 Oh die Bumperpads sind doch bestimmt dann an dem. Sind doch bestimmt dann hier oder? Ja. Okay. Hab ich schon gewundert. Und ansonsten Freizeitflaggen. Freizeitflaggen. hum. Ja. 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 Silberdraht, drei Nanoröhren, okay. Okay, es fehlen Rezepte, das ist neu. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Pappelholzplatte, okay, was, 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 Moment, Schiefersteinziegel, Nanobeschichtung, Nanoröhre, Kettensäge, go, Blättergewehr, okay. Oh, ich hab die keine, achso, das sind. Alter, abgesehen für das Gewehr, aber Kettensäge, na, auf jeden Fall. Okay, Plan B, erstmal noch nicht. Äh, Nanoröhre, Kettensäge. Ja, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Okay. so was haben wir ich hoffe mal das reicht von den sachen fürs schild her es reicht mit dreien genau okay für die vier von denen und ein von diesen cards hochgeschwindigkeitsmotor und zwölf gummischalen da und wie ist es mit den anderen kann ich hierher stellen also müssen wir doch noch mal in die ruinen und so 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 Ähm, ich hab's doch gerade zurückges... Egal. 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 Oh, ich bin doof. Ich hätte die Schalen schon mal in Auftrag geben können. Ja, hier ist nicht so der Burner. Mist. Lass mal Ebene 1 noch mal reingehen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ne, wo gibt es denn die Motoren? Ab welcher Ebene? Da, Ebene 6. Zwei Stück. Sehr schön. Level ab. Ich bin Level 50. Der ist 55. Oh Mann. Ich muss das nochmal aufwerten, wenn das geht, aber... Das Katzen-Outfit gefiel mir besser. Bin ich ehrlich. Wie viel von den Motoren haben wir denn jetzt? Vier. Das reicht nicht, ne? Ja. 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 Ja.